Viele Trader und Analysten gehen aktuell davon aus, dass wir im Kryptomarkt und auch vielleicht im Bitcoin kurz vor einem Ausbruch stehen. Im heutigen Video schauen wir uns an, was dabei aktuell gerade die Hindernisse sind bzw. in welche Richtung und wie stark es jeweils gehen könnte. Ebenfalls werfen wir auch einen Blick auf die herkömmliche Wirtschaft, die selbstverständlich bei einem möglichen Ausbruch nach oben auch mitspielen sollte. So sehen wir bzw. müssen leider auch festhalten, dass die Bank of America aktuell gemeldet auf mehr als 100 Milliarden US-Dollar nicht realisierten Verlusten sitzt. Ich wünsche dir viel Spaß mit dem heutigen Video, wo wir uns mit all diesen Themen etwas genauer beschäftigen. Hallo und herzlich willkommen Freunde zu einem weiteren Video auf diesem Kanal. Mein Name ist Robin und heute reden wir über den Bitcoin, den Aktien und auch den Kryptomarkt bzw. was heißt Aktienmarkt, mehr über die Gesamtwirtschaft. Wir reden auch gar nicht lange um den heißen Brei. Lasst gerne Bewertungen und Kommentare, da um mich in meiner Arbeit zu unterstützen. Danke für den Support Freunde, wir springen auf die erste Folie. Zum Zeitpunkt dieser Aufnahme ist der Kryptomarkt noch recht ruhig. Er ist auch mit einer mäßigen Seitwärtsbewegung in die Woche gestartet. Der kleine Impuls in Richtung von 31.000 US-Dollar wurde bereits gestern Abend angetestet. Zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme haben wir dieses Niveau bereits erreicht. Stuck Money Lizards meinte beispielsweise auf Twitter, je häufiger eine Widerstandslinie getestet wird, desto schwächer wird sie. Der Tag wird kommen, an dem alle Verkaufsanträge im Wert von 31.000 US-Dollar ausgeführt wurden und wir dann dementsprechend den Durchbruch nach oben wagen. Stuck Money Lizards fügte hierbei beispielsweise noch eine Grafik mit hinzu. Diese deutet darauf hin, dass wenn wir erstmal das Widerstandsniveau von 31.000 US-Dollar nachhaltig durchgebrochen haben, dass wir dann möglicherweise einen starken Impuls nach oben sehen und möglicherweise dann auch neue Alltime Highs erreichen können. Ich bin da, um ehrlich zu sein, noch etwas vorsichtig, vor allem auch mit Hinblick auf die Realwirtschaft. Ebenfalls vergleiche ich das Ganze auch ganz gerne mal mit dem letzten richtigen Zyklus, also wirklich über einen breiten Timeframe, so können wir festhalten. Ja, auch als wir uns das letzte Mal zum neuen Bullrun begeben haben, haben wir eben noch etwas stärkeren Gegendruck gesehen, beziehungsweise es hat eben länger gedauert. Die richtigen Bullruns steigen erst dann eigentlich komplett empor, wenn wir hier unser Halving gesehen haben. Das passt zumindest mit den Zyklen und eben auch mit der Geldpolitik, die aktuell, ja, auf der einen Seite locker genug scheint, als dass die Aktien alle nach oben schießen, allerdings natürlich auch etwas Anstrengung mit sich bringen. Auf jeden Fall glaube ich nicht, dass wir jetzt so easy uns in den nächsten Bullrun begeben, man sollte zumindest etwas vorsichtig sein. Dennoch kann man sich natürlich gut positionieren, denn das machen momentan auch die Megawale. So stellt Martin von CryptoQuant beispielsweise fest, dass wir momentan eine Umverteilung im Kryptomarkt sehen und hierbei verschieben die Wale und die Megawale die Bestände jeweils hin und her. Martin schrieb beispielsweise auf Twitter, an der Bitcoin-Front tobt ein Kampf. Lila konfrontiert Braun. Wale kämpfen auf Megawale, 100.000 bis 1 Million US-Dollar in Bezug auf den Bitcoin im Vergleich bis zu 1 und 10 Millionen US-Dollar. Unabhängig vom Namen liefern sie sich einen erbittlichen Kampf. Lila verkauft, während Braun Käufe tätigt. Hierbei die eingeblendete Grafik. Lila sind die kleinen, Braun sind die großen. Klein ist hier bei 100.000 bis 1 Million und Braun ist 1 Million bis 10 Millionen. Und dementsprechend verkauft gerade Lila die kleineren Wale an die Megawale, die mehr als 1 Million Portfolio Wert haben. Dabei handelt es sich bei den kleineren Wahlen möglicherweise unter anderem um Bitcoin-Miner. Diese verschieben nämlich aktuell ebenfalls große Positionen. Allein in den letzten drei Wochen haben sie mehr als 54.000 Bitcoin an die Börsen geschickt, um diese dort möglicherweise zu verkaufen, sich mehr Hardware zu kaufen, um diese dann im nächsten Zyklus eben anschließen zu können. Darüber haben wir uns in der Vergangenheit schon öfter unterhalten und es ist eben eine logische Konsequenz, dass bei stärkeren Kursanstiegen die Bitcoin-Miner zeitweise Gewinne realisieren, um eben natürlich ihre eigene Hardware weiter aufzubauen. Das könnten dann dementsprechend auch die mittelgroßen Wale sein, die an die Megawale momentan ihre Bitcoin abstoßen. Ihr könnt ja selber für euch entscheiden, ob ihr mit der Situation in dem Sinne einhergeht, euren Sparplan vielleicht zu erhöhen und eben euch auch auf den nächsten Braun vorzubereiten oder ob ihr eher nochmal vorsichtig bleibt. Da würde mich eure Meinung auf jeden Fall stark zu interessieren, denn wir können festhalten, die Börsenbestände sind stark rückläufig. Und hierbei reden wir wirklich über dieses breite Gesamtfeld. Wir reden nicht nur von Bitcoin, sondern auch von Kryptowährungen und vor allem von Stablecoins. So geht die gesamte Liquidität im Kryptomarkt zurück. Hier sehen wir beispielsweise die Bitcoin-Exchange-Reserven. Wir wissen, dass diese schon seit Monaten, eigentlich seit Jahren rückläufig sind. Doch Kiyang schrieb beispielsweise, die Liquidität auf der Verkaufsseite von Kryptowährungen nimmt ab, aber die Liquidität auf der Käuferseite verzeichnet einen noch stärkeren Rückgang. Die Bitcoin-Devisen-Reserven, also die Reserven auf den Exchanges, sind um 20% in einem Jahr gesunken. Die Reserven von ETH sogar um 40%. Stablecoins sind insgesamt die Reserven um 52% gesunken. Das heißt, wir sehen, dass viele Marktteilnehmer gerade ihr Geld aus den Stablecoins in Kryptowährungen schieben, vor allem Bitcoin und Ethereum und diese dann von den Exchanges ziehen. Dadurch gehen eben die jeweiligen Bestände zurück und es bedeutet, wir befinden uns momentan in einer heftigen Akkumulationsphase. Und diese Akkumulationsphase könnte eben möglicherweise mit einem Ausbruch enden. Wie gesagt, ich will jetzt nicht sagen, das ist so es. Ich teile hier nur die Daten mit, die ich gefunden habe. So sehen wir beispielsweise auch, wenn wir uns mal den gesamten Kryptomarkt anschauen, also nicht nur wie eben den Bitcoin. Dass wir hier vor einem möglichen Ausbruch stehen. Bereits in den letzten Monaten, hierbei eine Kerze, ein Monat, sehen wir, dass die Kryptomarktkapitalisierung immer wieder versucht hat, nach oben hin durchzubrechen. Sollte es dem Kryptomarkt gelingen, dann wäre das ein positives Signal, nicht nur für den Bitcoin, sondern eben auch für den gesamten Kryptomarkt. Die Gesamtmarktkapitalisierung könnte dann dementsprechend nach oben schießen und dann eben auch alle Assets mit nach oben reißen. Natürlich, es gibt nicht nur bullische Prognosen, nicht nur bullische Analysten. Es gibt auch einige, die etwas konservativer sind, so wie beispielsweise Crypto Tony. Der schrieb nämlich auf Twitter, dass es diese Woche wirklich so einfach, wie es bei Bitcoin nicht sein kann. Wir sind gegen die Widerstandszone von 31.000 US-Dollar. Wenn wir sie also nicht durchbrechen, erwarte ich, dass wir auf 28.000 US-Dollar sinken werden, um eine Nachladeoption der Bären zu erhalten. Viel lieber wäre es, wenn wir diese Woche noch pumpen würden. Und zumindest zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sieht es noch etwas danach aus. Und hierbei wissen wir natürlich, viele Events auf dem Kryptomarkt können für Bewegungen in die ein oder andere Richtung sorgen. So sehen wir ja beispielsweise möglicherweise in der aktuellen Woche den Verkauf der Celsius Assets, beziehungsweise den Umtausch von den Altcoins in Bitcoin, aber auch in die Kryptowährung Ethereum. Ebenfalls können wir auch festhalten, dass man sich natürlich auf die herkömmliche Wirtschaft konzentrieren sollte. So habe ich heute mal wieder einige herkömmliche Wirtschaftsdaten für euch mitgebracht. Dabei stehen die Banken aktuell immer noch im Fokus. Man sollte auch anmerken, heute und gestern ist in den USA, was die Handelsmärkte angeht, eher tote Hose aufgrund des Unabhängigkeitsfeiertags. Dementsprechend ist der Aktienhandel dort ziemlich eingeschränkt. Ebenfalls sehen wir in der aktuellen Woche, dass nur wenige makroökonomische Daten wirklich relevant werden. Am interessantesten sind wohl die Fettsitzungsprotokolle, die veröffentlicht werden. Oder wenn wir eben in den Arbeitslosen beziehungsweise in den Arbeitsmarktdaten wichtige und brisante Informationen erhalten. Das könnte dann dementsprechend auch einen Einfluss auf die Zinserwartung haben und dementsprechend könnte sich der Markt dann auch wieder ein bisschen bewegen. Die Zinserwartung liegt zum aktuellen Zeitpunkt noch drei Wochen in der Zukunft. Dementsprechend können wir bis dahin natürlich in der Einpreisung noch einiges sehen. Zum aktuellen Zeitpunkt erwarten die Marktteilnehmer eine weitere Leitzinserhöhung, denn die Inflation ist zwar gut rückläufig, die Kerninflation ist allerdings noch etwas hartnäckig. Und die Wirtschaftsdaten geben auf jeden Fall her, dass die US-Notenbank den Zins weiter anheben kann. The Cobacy Newsletter schrieb beispielsweise auf Twitter, jede Woche fühlt sich entscheidend an, da die Zinserwartungen der FED sich schnell ändern. Unterdessen erreichen die Aktien einen 52 Wochen hoch und der Handel verlief großartig. So schrieben sie unter anderem die kommende beziehungsweise aktuelle Woche als kurz, aber wichtig. Kurz, weil eben die Handelsmärkte nicht die ganzen fünf Tage geöffnet sind. An anderer Stelle betonen sie allerdings auch, dass es im Bankensektor zunehmend anstrengend werden könnte. So sehen wir, dass die Regionalbanken vor allem auch weiterhin Probleme haben. Der KWB Regional Banking Index ist beispielsweise weiterhin massiv unter Druck und nicht nur kleine, sondern auch Großbanken scheinen extrem auf nicht realisierten Verlusten zu sitzen. Erst in der vergangenen Woche wurden neue Daten von der FDIC, also von der Versicherungspolizei für die Banken veröffentlicht. Aus diesen Daten geht hervor, dass wie im Intro angesprochen, alleine die Bank of America, und das muss man sich mal vorstellen, auf 100 Milliarden US-Dollar nicht realisierten Verlusten sitzt. Den Grund dafür haben wir uns in den vergangenen Monaten immer mal wieder angeguckt. Die Banken haben vor allem während der Niedrigzinsphase in langfristige Anleihen investiert, weil das eben die einzigen waren, die zumindest etwas profitabel waren. Und Banken wollen natürlich das große Geld. Aufgrund der extrem schnellen Wandlung in der Zinspolitik sind diese langfristigen Anleihen weitaus weniger profitabel, beziehungsweise rutschen die Banken damit eben aktuell in einen Verlust. Dieser Verlust ist natürlich erst dann ein wahrer Verlust, wenn diese langfristigen Anleihen auch verkauft werden. Und das passiert eben erst dann, wenn die Banken viel Kapital brauchen, weil die Menschen beispielsweise viel Kapital von der Bank abziehen. So sehen wir beispielsweise die ersten Zusammenbrüche der Banken im aktuellen Jahr. Das Ganze wurde allerdings von der FDIC bzw. auch von der US-Notenbank gut abgefedert. Sie haben ja ein Programm eingeführt, wodurch quasi die Banken, die auf nicht realisierten Verlusten sitzen, diese langfristigen Anleihen einfach an die FED übergeben können. Die FED gibt ihnen dafür Cashgeld und das können sie dann auszahlen. Dadurch müssen diese langfristigen Anleihen nicht im Verlust verkauft werden und dementsprechend hebelt man das System quasi aus. Hätten wir das nicht gesehen, dann hätten wir mit Sicherheit zum aktuellen Zeitpunkt schon weitaus größere Probleme im Bankensektor. Doch wir dürfen nicht vergessen, auch zum aktuellen Zeitpunkt ist die Anspannung noch sehr hoch und erst in der vergangenen Woche wurde ein weiterer Rekordwert erreicht. So sitzt die US-Notenbank aktuell quasi auf über 100 Milliarden US-Dollar nicht realisierten Verlusten, die sie eben in Kauf genommen haben von den Banken, um eben ihnen Liquidität bereitzustellen, damit diese nicht brechen. Doch wir sehen, der Markt ist auch aktuell immer noch extrem angespannt. Und was könnte dazu führen, dass die Banken weitere starke Auszahlungen sehen? Zum einen, wenn mehr Privatmenschen tatsächlich selber ihr Geld anlegen wollen, das Geld also vom Cashkonto von der Bank of America herunterziehen und beispielsweise in den Geldmarktfonds investieren wollen oder auch in den Aktienmarkt. Oder wenn die Menschen einfach immer weniger Geld haben. Und wie könnte es dazu kommen, dass die Menschen weniger Geld haben? Inflation, klar, aber auch natürlich steigende Hypothekenzinsen, die eben in den letzten Monaten extrem nach oben geschossen sind. Daher bleibt es auf jeden Fall spannend. Die großen nicht realisierten Verluste der Bank of America sind natürlich aufgrund von einigen Fehlkalkulationen bzw. Fehlentscheidungen in den letzten drei Jahren zurückzuführen. Sie haben nämlich Einlagezuflüsse in Höhe von 670 Milliarden US-Dollar gesehen, eben allerdings leider einen großen Teil in langfristige Anleihen investiert bzw. das Geld dort reingeschoben, woran sie eben jetzt nicht rankommen. So können wir auch zum aktuellen Zeitpunkt festhalten, dass diese Verluste auch in den letzten Monaten und Quartalen nicht rückläufig waren, eher sogar noch stärker zugenommen haben. Die Situation verschärft sich also weiterhin und die große Frage ist, kann das Ganze wirklich mit dem FED-Programm gut ausgehen, das eben die langfristigen Anleihen aufnimmt und dafür das Cashgeld rausgibt? Das ist die große Frage, denn insgesamt sitzen die US-amerikanischen Banken auf mehr als 620 Milliarden US-Dollar nicht realisierten Verlusten. Dementsprechend sitzen sie quasi auf einem Pulverfass. Und der Druck in diesem Pulverfass, der wird eben immer größer. So sehen wir das beispielsweise auch in jüngster Zeit, die Konkursanmeldungen, also die Anmeldungen für eine Insolvenz in den USA nach oben geschossen sind. Und zwar auf einem ähnlichen Niveau wie beispielsweise anfangs der Corona-Pandemie oder eben im Jahr 2008. Es bleibt auf jeden Fall spannend, wie die Entwicklung hier weitergehen wird, denn wie gesagt, durch extrem hohe Zinsen können sich natürlich auch Privatunternehmen nicht mehr so einfach refinanzieren und müssen unter anderem aufgrund dessen Konkurs angehen, weil unser geiles Finanzsystem ja so aufgebaut ist, dass dein Unternehmen ja irgendwie nur durch Schulden wachsen kann, weil du ansonsten überhaupt nicht konkurrenzfähig bist. Und wo wir beim Thema Schulden sind, nicht nur Unternehmen, sondern selbstverständlich auch Regierungen sowie die USA verschulden sich selber. Wir reden darüber, dass hier in Deutschland beispielsweise eine Staatsverschuldung von knapp 2,4 Billionen US-Dollar dasteht. Wir sehen allerdings in den USA, dass das Ganze natürlich nochmal auf einem ganz anderen Blatt Papier steht. Dort sehen wir nämlich eine Staatsverschuldung von über 31 Billionen US-Dollar, weshalb vor vier Wochen ja die Schuldenobergrenze aufgehoben wurde. Dementsprechend kann die USA jetzt bis Anfang 2025 so viel Schulden aufnehmen, wie sie wollen. Ab dann soll wieder eine Schuldenobergrenze greifen. Ja, wer es glaubt, wird selig. Faktisch können wir auf jeden Fall festhalten, dass die USA sich die neuen Entscheidungen gut schmecken lässt. So sind allein in den letzten vier Wochen rund 865 Milliarden US-Dollar Staatsverschuldung obendrauf gekommen. Auch hier bin ich gespannt, wie wir das in der Wirtschaft sehen werden, denn fast eine Billion in einem Monat. Wenn das mit dieser Tendenz so weitergehen sollte, Halleluja, wird es auf jeden Fall nochmal richtig interessant. Soviel auf jeden Fall zu interessanten Daten aus der herkömmlichen Wirtschaft und im Kryptomarkt. Ich versuche die Videos in letzter Zeit ein bisschen kürzer zu gestalten, damit sie halt nicht mehr so lang sind. Ich hoffe, das gefällt euch. Falls ihr irgendwie bestimmte Themen angesprochen haben wollt, dann lasst es mich natürlich in den Kommentaren wissen. Ansonsten sehen wir uns morgen in alter Frische wieder. Vielen Dank für den Support und die Unterstützung. Bis morgen. Ciao, Freunde.